Die wichtigste Persönlichkeit für den kleinen Prinzen ist meiner Meinung nach der Fuchs. Sie lernen, wie diese Verbindungen zu kultivieren. Und sie beginnen auch zu verstehen, dass Verbindungen verändern und verändern und die Menschen weitergehen. Und ich denke, es ist sehr schön, wie diese Dynamik auch in der Choreografie gezeigt wird.